Moin Moin und da sind wir wieder zurück. So, die anderen beiden, ich hab's jetzt richtig schön, sind schon vorgeflogen und ich muss die jetzt nur noch abklappern. Zuerst Sascha. Wir stehen beide da. Wo bist du? Da bist du. Nein, 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 nein. Was fliegt denn da unten? So eine Halluzination sein. Ungreifbar sieht's nicht aus. Der hat mir nicht angegriffen. So, und die andere ist bei Kumia wieder. Kumia. Hier bei dem, ähm... Ah, ja. Lebenswürdigkeit. Achso, nee, da unten. Komm, wahrscheinlich direkt von der Schlucht aus, so. Ben fliegt schon, ne? Kann das angehen? Ja, die fliegt. Ich hab mich jetzt teleportiert. Oder vielleicht... ...gelöhrt, weil man hoch muss. Okay, dann. Hä? Jetzt nicht zu öffert. Da hinten könnte man... Warte mal. Ja, klappt. Hier rüber. Vielleicht schaue ich's zu euch. Oh, da komm her, jetzt nehm ich mit. Hä? Ich hatte nicht gekriegt, wie sie... Du, mit dem Greifflügel verflogen, oder bist du... Also, ich bin mit dem Panickelrohrer, ich hab ja nicht mal ein Greifen. Komme ich jetzt hier rüber? Ah, okay, jetzt, jetzt. Ah, okay. Und hier komme ich ja gar nicht rüber. So, teleportieren, okay. Noch einen kleinen Sprungversuch machen, aber... Das haben sie aber gemein gemacht, dass man hier dann gar nicht rüberkommt. Naja. Dann halt der Teleport. Gut, dass da so viele da sind. Die verbrate ich aber auch gar nicht. Warte, ich steig mal ab. Na los, komm raus. Isaac. Nein, nein. Scheiße. Würde hier Teleport klappen? Könnt ihr mich hier unten? Nicht, dass ich nochmal einen weiteren Teleporter für brauchen muss. Ich bin zu kurz gekommen. Mist. Danke, Ina. Nein, 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 nein. Oh, da ist eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Hättest du auch gerne in Mumble kommen, Isaac. Wir beißen nicht, wir kratzen nur. Ja, sollten wir uns mal wieder rasieren. Ha, nein, 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 nein. Ha, vielen Dank. Was sind so viele Truhen hier? Den traue ich ja gerade nicht. Boah. Falsch. Falsch. Hier kann man also aus dem Kampf kommen. Interessant. Mal schauen, was fehlt da jetzt. Alle des Aufstiegs. Ah, das ist ein Portal-Puzzle. Ja, wenn die Himmelsschuppe da ist. Oder meinst du jetzt was mit dem Aufstieg? Dass das... Ich kann ja eigentlich nicht eins machen, was man nicht macht mit... Hallo. Hallo. Ah, aber da kommt ja nicht immer rein, ne? In die Halle des Aufstiegs. Schauen wir mal gerade. Das Aufstiegs war das nicht. Da, genau. Da müssten wir dann eigentlich hin. Ja, ist gesperrt. Da muss erst das entsprechende Wind immer laufen. Das andere ist ein Elon-Flusslander auch. Geh mal Ranch. Kette. L-Kette. Die können wir ja danach machen. Dann würde ich zuerst die anderen abarbeiten. Dumpf. Und das ist falsch. Da. Das ist ein Kommandeur, ne? Das gehört das zu Event-Kritte mit. Da oben normalerweise nicht. Achso. Ah, hallo. In die Stimme. Von hier sehe ich da unten ein, wo Sehenswürdigkeit ist. Und das wird wahrscheinlich da oben drauf sein. Kann sein, dass die Sonnportagen reicht. Oh. Ich bin der Säurechen-Gepänt. Aber nicht im Geringsten. Oh. 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 das ist ja ein bisschen überfliegen kann man hier Zufälle Gegner. Oh, au, au, au. Rüftige Gegner. Geh wieder. Geh wieder. Erfrischend. Au. Zempf im Veteran, ey. Ich fühle mich gut. Puh. Ui. Ich rühre. So. Ja, Balken balancieren. Das geht ja eigentlich noch. Na los, komm raus. Ach, hier. Okay, das haben sie auch dafür genutzt, um mal wieder bekannte Leute... Hier nicht der Fight? Genau, war das hier nicht der Fight-Made. Hier war einer der Balthasar-Kämpfe, ja. Dem Tode nach. Nicht der Endkampf, klar. So, hier oben. Ha! Entdeckt! Komm sofort zurück! Da haben wir noch eine... War, war wie. Ich mag drühen, aber dann... Ja, sollten wir vielleicht die Event-Kette starten. Geht das da nicht hier bei den... Schatten der Weissagung los? Also, wenn wir sie starten können. Beutel mich mal kurz hin. Ach, sie ist hier. Ja, okay. Ähm... Und... Ilana... Ist da... Ah, Jüngeren, genau. Joshua Escher. Hat noch Cooldown. Okay. Dann... Können wir kurz vielleicht in der Dubine Warby schauen. Jo. Da den letzten Eintrag. Und Mark Druinen. Mir fehlen nur noch zwei. Die jetzt und Warby. Angebar. Ja, dass du weißt, ich muss jetzt die Videos noch zurechtschneiden, ne? Die ich alle schon vorproduziert hab, weil da sind ganz einige Fehlspy. Also, mir fehlt ja auch noch die ganze erste Linie. Ich hab ja frisch mit der A-Reihe jetzt angefangen. Also, ich finde wirklich noch einige Inquestur-Goolems. Der sollte dir auch noch fehlen. Ja, ja. Der findet mir auch noch. So, jetzt mal gucken. Ja. Ist der was dargestellt? Oh Gott, hier hinten ganz. Können wir schon unterwegs? Geht los, du kleiner Vogel. Geht los, du kleiner Vogel. Oh Gott, hier hinten. 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 sie ist zu stark sie ist fast Ich müsste das eigentlich schon haben. Danke. Jetzt hat ihr Leiden ein Ende. Weiter hoch. War ich bei der Hydra da? Ja. Ich bin dran vorbei. Ich parker mich hier, lieber Hydra. Jetzt ne Truhe. Aber dafür bleibe ich jetzt nicht stehen. Wann ist die richtige Abbiegung? Ich kann sie hier so ein bisschen rüber. Dann muss man mal aufladen. Dann geht so ein bisschen. Das ist eine unsichtbare Wand. Ach Gott, was gemein. War wirklich da noch hoch? Ah. Okay. Sind wir schon da, sagt sie, ne? Okay, wirklich unsichtbar gewandt. Das ist wirklich lange. Geben wir noch einen kurzen Moment. Ein bisschen würde ich noch probieren wollen. Unsichtbare Wände for the win. Ich glaube, hier muss da auch ein Event sein. Kann das angehen? Ja, hier ist das Meta-Event. Am Ende, wo man so fünf Gegner gleichzeitig, ne, nacheinander killen muss. Ah, hier, einer ist da. Er hat schon aktiviert irgendwie. Hier ist das, ja, ja, wo ihr einmal tippt. Naja, jetzt weiß ich was. Aber wir waren zu wenig. Wieder bricht ein Tag an, dem Großmut eures göttlichen Anführers Pallava Joko sei Dank. Ja, gestehen. Gekratzt, ey. Die Schlacht wartet. Ja, diese Brandsturmblitze. Ich weiß nicht, warum wir bei... Du bist da? Ja, ja, bei Olli. Aber ich lieg hier im Dreck. Drinnen ist auch da. Na. Ich bin hier im Kampf. So, jetzt nicht mehr. Teleportarin. Jupp. Wo bist du? Auf Isaac, weil der ist wirklich Hammer. Was bin ich? Wir warten noch auf dich. Wir sind schon da. Äh, das war oben, ne? Ja. Wir sollten noch nicht diese Anzeichen von Aktivität ansprechen, oder? Nee. Ich hab's auch nicht angesprochen. Ist aber trotzdem da. Ich hab's wirklich nicht angesprochen. Ich schwör. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ja, uuuh. Uuuh. Wie? Ja, was war's? Ja, der hat viel lebendus, wirklich. Ich hab's gut. Ich hab's gut. Aua. das war beeindruckend so ganz gut außerhalb von der der blase gestorben aber ich bin das mit ihnen erst lasst das kämpfen wir lieber weiter zeit echten schaden anzurichten ich bin wieder länger da ich bin wieder Wir werden diese ab. Das ist ein grundsätzlicher Schad! Ich soll ihn mal schneller wieder zielen. Ich denke, mach hier. Sehr schnell. Das ist also our training here. Oh shit. Ganz gut. Au. Why don't you dodge today? Oh. Oh. Warte, ich kann das auch neu anholen. Beide ganz gut, oder? Ja, ich hab ne... Ich hab ne... Der Kugeln hast du. Das führte noch Tage lang. Und die letzte. Fühlt die gut. Fühlt. Vielleicht war ich ja die ganze Zeit die Illusion. Erfrischend. Das Engel ist nah. 50% Das Engel ist. Das engel ist. Oh, 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 oh. Erfrischend. Das war beeindruckend. Da sollte ich mal drauf achten. Schmerz für Schmerz. Erfrischend. Die Zeit echten Schaffen anzurichten. Das war beeindruckend. Erfrischend. Erfrischend. Okay. Erfrischend. 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 Ah, danke. Ich fühle mich überwundbar. Schmerz für Schmerz. Ich glaube, hätte ich die Truhe aufmachen. Hier war nur die Ruhe. Hier ist die Schlieder. Erfrischend. Wow. Bist wieder da. Schnell weg. Nee, 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 nicht noch mal. Nicht noch mal. Genug von dem Jungen. So, wenn man dem extrude, passiert ja gar nichts. Dann geht er gleich wieder weg. Ich hoffe, ihr habt euer Ding doch jetzt was hier braucht, oder? Ja, ich hab meins. Ich hab meins. Ich hab meins. Das wäre... Aber hier, bei mir wäre es noch angezeigt. ...oder dem Golem. Meins wird wieder angezeigt, obwohl ich meins angegriffen habe. Wie sieht's denn bei den Belohnungen bei dir aus? Ist es da abgeschlossen? Alles Einbildung. Das letzte? Das letzte? Ja. Tag lieber. Aber wenn das da als abgeschlossen steht, dann wäre es wohl schlimm. Werden wir erfolgen? Ja, und dann hätte ich mich, glaub ich, auch auf die Erfolge verlassen. Wir hatten das schon mal, dass du das Problem hattest. Aber bei mir werden noch die komische Kralle angezeigt drunten. Aber das hat jemand anderes angeschnackt. Achso, deswegen. Komm, wir planen uns wieder zur Elon-Flusslande oder zum Golem. So. Aber da schauen wir in anderen Aufnahmen nach. Bis denn. Ciao, ciao. Tschö.